Servus, geht ihr seit? So wie gerade, Siegerinterviewt, siehst du auch mit dem kompletten Team. Warte mal noch was gab, jetzt noch mal rede hier ohne Satz mal los, glaube ich. Deswegen robb zum zweiten Mal in Folge, wieder geiles Turnier, oder Jungs? Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist, dass man das Tier aus Neid ist auf die Promillezahlen, die die Fans haben. Und die Moderatoren, die dann bei BZV haben. Ja, genau. Und der Kameramann auch. Der schwankt auch schon ein bisschen, der Kunde. Ihr habt euch auch heute hier vorbereitet, ich glaube ihr wart im Krag. Genau, im Krag haben wir gedacht, machen wir ein paar Spiele. Fünf an der Zahl in zwei Tagen. Wir hatten einen Hetzer, da dachten wir, das ist eine gute Vorbereitung. Und dann hier jetzt zu kommen. Und wie habt ihr euch auch die Party vor dem Abend vorbereitet, im Krag? Nein, nein, nein. Wir haben ein zweiter Haft am Bierchen. Wir belohnen uns heute Abend so ein bisschen. Heute Abend wird belohnt, oder was? Genau. Okay, das ist jetzt aber das ist die Top-Schlusswoord hier in Nordrhein. Wir kamen an Obatzka, verdienter Sieger. Und wir sehen uns in Frankfurt wieder, ne? Tschau!